Jammers Leute, wir sind hier auf Tassos, neben mir ist Florian, ein Tauchlehrer, der mich herausgefordert hat, Flaschen im Wasser zu verstecken und der andere muss sie rausholen und der, der schneller ist, hat gewonnen. Florian ist Chirianis Baranga und ich bin Moskofilero von Skuras, Love Grease and Love Wine, here we go. Wir haben Startendpunkt, Stoppuhr, Setup. Respekt, also ich finde das eh. Ich bin ein guter Taucher. Ich könnte jetzt versuchen in die Linse zu gucken, an welcher Stelle das ist. Ein bisschen cheap, ein bisschen cheap. Du siehst? Ja. Kann ich jetzt mal schauen? Partyplätze, fertig, los! ein bisschen, imperend. Puh-puh! 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 Kein Verrückung, okay? Okay, I never cheat. Not so long time, straight direction. How many? Two glasses, open all the time. So, we drink the winner right now. And so was gibt es dann hier im Supermarkt. Der Jahrgang ist 2012. Dieser Wein sollte eigentlich sehr frisch getrunken werden. Also jetzt würden wir 16 trinken. Und wir haben hier also einen 4-Jahre-Reifen, in dem Fall 5-Jahre-Reifen-Wein. Der mit dem Plastikkork verschlossen ist. Wie gesagt, der soll schnell getrunken werden. Und präsentiert sich wunderbar. Also mega cool. Ja, man sieht halt, wie Handwerk hier funktioniert. Ja, was? Ja, was? Du brauchst eine Weinempfehlung? www.asktoni.de www.asktoni.de www.asktoni.de